Luxus pur im Inneren der Stand. Im Autosalon in Genf gibt es für Geld Spezialanfertigungen. Diesen Aston Martin gibt es nur 200 Mal und er wird jeweils speziell angefertigt. Gegen eine Million Franken kostet diese Ausführung. Ich bin in love with this car, als wir an den Aston Martin eventen waren, in St. Moritz. Da habe ich viele von ihnen gesehen, alle zusammen in den gleichen Ort. Ich sah dieses Roringssund, wie ein Animal, das man nur in Kontrolle hält. Das hat mir wirklich eine Passion geöffnet. Das ist so, wie ich bin in love with this car. Wie viele Aston Martins ownst du? Wir haben zwei Autos, DBS und Vanquish. Mein husband hat jetzt noch einen GT3. Wir warten, dieses Auto zu beendet. Ich bin sicher, dass wir noch ein paar mehr bekommen. Besonders nach dieser Show. Die Rolls-Royce Rave sind der modernsten Rolls-Royce aller Zeiten. Wer in die neueste Technologie investiert will, braucht 386'000 Franken. Bei Ferrari kann man sie Berlinetta selber gestalten. Die Ausführung, die im Inneren vom Stand steht, kostet rund 380'000 Franken. Ich bin auch ein kleiner Fan. Und das sind ja viele hunderttausend Leute oder noch mehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt, die den gleichen Jugendtraum auch leben. Aber so viel Geld für ein Auto? Wie? So viel Geld für ein Auto? Ja, das ist nicht so schlimm. Wenn man es betrachtet, mit anderen Luxus-Fahrzeugen, die kosten zum Teil noch mehr. Bei den Ferrari ist man doch, wenn man einen Zwickenhandwagen kauft, ist man doch relativ bescheidenen Mittel schon dabei. Aber 50'000 gibt es schon Okkasionen. Eine neue, wo wir natürlich bis zu 300'000 und mehr in die Hand nehmen. Wie viele haben Sie? Ich habe noch einen. Und richtig viel Platz gibt es im Bentley. Die handgemachte Version vom Flying Spur kostet 250'000 Franken.